Bäm, ausgetrickst, ihr vollgesogenen Kack. Nein, da fall ich genau jetzt natürlich von diesem Holz runter. Aaaaaah! Nein! Das mich das Spiel aber auch immer so verarschen will. Dieses verdammte Missspiel. LOL! Bursch, knall Schnappe! Achso, du kommst ja gar nicht runter. LOL! LOL! Aber ich seh nie warte mir denn so süßer aus. Ne, echt, ich find die sehen übelst süßer. Das war knapp, Freunde, das war knapp. Die Weisen kann man nämlich nicht abschießen, weil die sind auf dem Boden lang Kolonnen. Ja, komm ey, da drüben, das ist die Sternenbox, die holen wir uns jetzt nicht, das ist ja... Ach, verdammte Axt, du ne, Mensch, sag mal, was ist denn hier los? Ja, schön, können wir mal wieder klein hier lang strullen, ob wir den Level heute noch zu Ende kriegen? Und das ist ja auch ein bisschen abschießen. Und das ist ja klar, ich weiß es nicht. Ah! Ach! 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 Bist du denn? Boah. Boah. Yes. Koff. Tut mir leid, wenn ich hier so ein bisschen boonig spiele. Aber muss es reichen. Ja, wieder nur solche dämlichen Chips. War doch über. So, was haben wir jetzt hier noch? Stopp, Pilz, stopp. Und das rote Bällchen stirbt. Zusammen mit dem Block. Schön. Blau. Guck mal, da war am Ende sogar noch so eine Art versteckter Bonus. Zum Bonus war da nämlich. Guck mal, jetzt können wir sogar diese Felder hier kaputt machen. Die müssen eine Bedeutung haben. Ja, super. ist ja Bomber einfach. Mann, ich wollte den Level heute noch schaffen, okay? Das war zum Glück gerade nicht knapp. Nee, glücklicherweise. Ja, das war gerade meine Faust auf den Tisch. Und es geht wieder von vorne los. Yes. So, die erste Folge, also das richtige 400er-Special ist jetzt vorbei. Wir sind schon in der zweiten Folge. Hoffentlich. Der hat doch eigentlich schon. Die erste Folge ging 20 Minuten und hab jetzt wie gewohnt. Zwischen 12 und 15 Minuten. Und übrigens, Super Marisan Land, also den ersten Fall, den spielen wir natürlich noch zu Ende, ganz klar. Also, wenn ich noch den Elan dazu verspüren tue. Hier unten kommt ja gar keiner mehr. Doch, da. Scheiße. Huh. Äh, Super Marisan Land immer montags. Kommt 20 Uhr. Verdammt! Oh, die irritieren einen, die Scheißbitte, du. Komm her. Komm mal her. Komm mal her. Der kommt nicht. Der Arsch kommt nicht. Ich hab den doch erwischt. Scheiße, ey. Darf ich schon wieder kleiner lang rutschpacken? Ah. Hallo. Na. Da, 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 da. Stopp! Du dämlicher Kackpilz. Na, super. Also, wenn du echt, wenn du... Ah. Nein! Ah. Nein. Ich merke schon, das Spiel fängt an, kacke zu werden. Verdammter Dreck. Ah, jetzt hier wieder meine Lieblingsstelle. Stopp! Ja. Soviel dazu. Mann! Der gleiche Fehler zweimal hintereinander. Ey, ich bin auch ein bisschen zu doof, oder? Nee, ich bleib... Ich reg mich jetzt nicht aus. Boah! Natürlich komme ich da nicht mehr hin. Ganz klar. Aber jetzt verstehe ich, wie man an diese Sternenbox da kommen kann. Aber, äh... Ich will nicht spoilern. Das werdet ihr schon noch sehen. In diesem LP. Oh, guck mal. Cheater! Cheater! So. Komm her, Pilzchen! Pilzi, Mausi, Upsi. Dün, 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 dün. Mein Gott, bist du zu blöd zum... Zum... Zum Lebenball. Ja, haben wir wieder mal ein paar von diesen Teilen gesammelt. Und... Ja, jetzt geht's hier weiter. Natürlich... Wie gewohnt, in altbewährter Qualität. Komm her! Und komm her! Boah, warte mal. Oh! Nein! Jetzt kommen wir hier nicht mehr runter! Nein! Warte kurz. Achso, das war gar nicht hier. Na, lol. Hier war der eine Bonus noch. Den holen wir uns. Oh, geschafft! Wenn ich jetzt sterbe, das werd ich mir nie verzeihen. Ja, komm her, Flumiball. Boah, der war... Der war böse. Der war böse. Ja! 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 Das wird die beste Stage überhaupt. Ja, na schön. Ja! Das Holz geht runter! Mein Gott, nochmal, ey. Das ist nicht möglich, ey. Ich hab doch gedrückt! Ich hab doch gedrückt, ey. Mensch! Zolln das. Ja, la, 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 la. Das ist... Ey, ey. Oh! Okay, pass auf. Das nächste Mal bleiben wir länger auf diesem Holz stehen. Ich war da drauf! Nein, kacken! Ja, ist ein schöner Tag heute. Draußen sind 29 geile Grad. Und was mach ich? Bäm! Ausgetrickst, ihr... Vollgesogenen... Kack, äh... Nein! Da falle ich genau jetzt natürlich von diesem Holz runter. Oh! Die Ausstellung sieht echt schön aus. Hab das Gefühl, ist ein bisschen zu laut. Geht doch. Mein Gott. Was war... Nein! Oh! Ich hauge hier gleich alles kurz und klein, ey. Meine Güte, du. Nee. Oh! Mein Karli hat's doch auch funktioniert. Das! Oh! 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 Scheiße, ey! Echt! Schissen, scheiße, Mama! Ist das nicht schön? Geht doch. Mein Gott, was ist jetzt hier das Problem? Boah! Nein! Am zweiten natürlich wieder mal gescheitert. Was? Ey, das ist kein Eis. Das ist... Das war wieder mal eine Faust auf den Tisch und, ja, wir probieren es auf ein neues. Was habe ich dieses Spiel einfach? Ich habe einfach so'n Bock drauf. So'n Bock. Ja, ähm, jetzt fängt's langsam an, ein bisschen zu lästig zu werden. Mein Gott, nochmal, was ist denn so schwer daran, auf diese Holzteile hier zu springen? Nicht zu sterben dabei. Warum drehst du da um? Ah. Pff. Schön. Einfach Bombe. Ich liebe dieses Spiel. Es ist übrigens eins, ich muss... Ich würde sogar fast sagen, es ist das Spiel, das einzige, das wir nicht in Full... Also, zumindest in HD aufnehmen können, weil einfach die Auflösung, die ist nur 480. Aber ich glaube, 480 reicht, um diesen Nonsens hier zu sehen. Zack! Die machen ein bisschen... Ja. Cool. Nein. Ich sterb nicht gleich schon wieder. Du, du komisches Ding. Nein! Ich bin dran vorbeigesprungen. Nein, Pilz! Bleib hier! Danke, Pilz. Bist der Beste. OMG. What the hell? What the hell? LOL! Oh, LOL! Ah! Schon vorbei. Der Special Effect. Ja, so habt ihr mal gesehen. So ist es, wenn man einen großen Pilz einsammelt. Und dabei die Head Proportion... Proportion... Äh, 4 hat. Boah! Was bist du? Oh! Nein! Stopp! Nein! Oh, what? Der Hell! Wenigstens will ich ganz so vorne anfangen, ey. Meine Fresse, du! Boah, war das grad ne Scheiße, ey Boah Scheiße, ey, echt Der Blaue war mal wieder zu blöd zum Kacken Nein Boah, so nicht, mein Freund Der Kleine geht ja noch, aber jetzt hier, die Scheiße wieder Komm, komm, puik, 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 puik Kommt gleich noch einer raus, geschossen Und hier auch Hier auch Hier auch Ja, na klar What I am erwarting So Zack, schön, dass wir so viel gekriegt haben Nein Ich hasse mich Ich habe gerade auch so sehr den W gedrückt, wenn ich jetzt auch Steuerung gedrückt hätte Was wäre da wohl passiert Gut 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 Und Unsere ocrat